Was macht die Kinderschlafsäcke von Grützibeck so besonders? Der optimale Schlafsack für Kinder, der auch mitwächst, für Camping, Trekking oder zu Hause. Aber fangen wir mal von innen an. Ein mehrfach gebruschtes, hochatmungsaktives und weiches Innenmaterial umschmeichelt die Kinder beim Einschlafen. Die hochwertige und vor allem doppellagige ARL-Füllung speiert viel Luft, das wärmt, wenn es kalt ist und ist auch angenehm, wenn es mal wärmer wird. Außerdem macht sie den Schlafsack so kuschelig weich. Die zwei Lagen sind vor allem bei Kindern sehr wichtig, weil so keine Kältebrücken entstehen können. Im Fußteil versteckt sich da noch ein super kuscheliger Flieseinsatz mit tollem Muster, der die kleinen Kinderfüße zusätzlich wärmt. Durch eine zweite darunterliegende Schicht unter der Außenhülle wird die Füllung zurückgehalten. Deshalb benötigen wir keine stickige Kunststoffbeschichtung. Das macht den Schlafsack so angenehm und raschelfrei. Unter dem hochwertigen Weike-Kate-Zipper mit dem Kompass ist eine gefüllte Abdeckleiste. Diese verhindert den Verlust der Wärme über den Reißverschluss. Auch wurde ein Reißverschlussrückhalteband eingefügt, damit Ihr Kind den Reißverschluss selbst leicht bedienen kann. Das Beste am Schlafsack, er wächst mit. Durch ein einfaches Öffnen des Reißverschluss kann der Schlafsack um 55 cm verlängert werden. Der Packsack ist geräumig und kann auch problemlos von Kindern eingepackt werden. Durch seine Kompressionrücken kann er auch für den Transport klein zusammengezogen werden. Und zu guter Letzt, der Schlafsack schaut auch noch super aus. Da wollen die Kinder von alleine schlafen. Die Kinderserie von Grüzebeck, der Schlafsackmarke aus den Alpen.